recht herzlich willkommen zur 40 folge von avorion ja wir brauchen einen neuen auftrag und zwar müssen wir da mal schauen dass wir hier was finden und das muss man drücken fne genau jetzt bin ich wieder dran schwarzes brett kein auftrag verfügbar das war jetzt ressourcen depot da hinten ist noch was computerkomponenten ressourcenknappheit die brauchen 100 kupfer 100 kupfer mit ich glaube nicht oder wo war denn hier laderaum das ist das falsche menü p ist das richtige sauerstoff und arznei waren aber mit aber sauerstoffe nur 80 mit das bisschen wenig als nah war natürlich 2600 noch was mit so da haben wir ausrüstungs dock und die noch was aufgeräts kommen schwarzes brett immer erst mal schwarzes brett so an okay die wollen also was haben das ist aber schwierig und ich weiß jetzt nicht wo dann laser komponenten zu kriegen sind kein auftrag verfügbar altmetall händler dahinter war dieser dahinter ist irgendwo hier da ist die station aber kann auch noch mal reingucken gerade vielleicht haben wir doch noch was neues gekriegt in der zwischenzeit nein haben sie nicht der planet dahinter sieht ja schon krass aus mit den ringen so jetzt ist es alle wieder verschoben weil wir uns ein bisschen hin und her gedreht haben dann ausrüstung stockwart und geschütztürme kaufen schuldigung geschütztürme kontrollsystem drei mehr aber gut aber wir brauchen erst mal einen auftrag den hatten wir schon bleiben hatten wir nicht schwarzes brett keine aufträge verfügbar das kann man das hat mal wer ist das denn hier eigentlich diese liga nennen das kaufmann okay das rossendepot hatten wir glaube aber wie tat hat man glaube noch nicht so aus dem knapp bei 150 fleisch die haben hunger ausrüstungsdruck hatten mal computer komponenten haben wir die schon ich weiß es nicht mehr ja guck warte mal jetzt mal gerade hier gucken da ist noch das da angezeigt die schiffswerft haben kein auftrag schiffswerft da unten ist noch mehr autor dock fusions gerne haben wir jetzt gerade auch nicht mit habitat hatten wir brauchen fleisch ausrüstungs dock fliege jetzt schon fast hin um zu das war kupfer da ist noch die militärstation schwarzes brett vernichte piraten ok das hört sich ja mal ganz lukrativ an nach angelegen sektor wurden von piraten besitzt und sie greifen unsere konvois hinter an wir können diesen tolerieren und brauchen jemanden der sich darum kümmert ja da gibt es auch keine zeitbeschränkung oder wie sehe ich das das sehr cool 283 338 ich weiß nicht ob wir das schaffen können aber hier steht doch nirgends was von ablaufzeit 283 338 lass uns doch mal gerade die karte gucken wo das ist 283 338 das wäre da ich würde jetzt erst vorbeifliegen aber das wäre auch blödsinn vor anderen seite ach weißt du was wir machen mal einen raumsprung nach hier und fliegen erstmal dahin und das ist mir mit dem dingens weiß ich jetzt nicht ein bisschen zu zu riskant dahin so jetzt machen wir gerade m hier nochmal siehst du da gibt es auch wege dann das war mir wichtig dass wir hier verzweigung haben 283 wo waren das da ist es wenn und daneben ist ein punkt kann man auch hinfliegen dann lass uns aber erstmal hier gucken was wir hier noch haben ne Asteroiden wollte ich nicht wollte das daneben Raumjäger Fabrik schwarzes brett schwarzes brett nix hier so dann haben wir da was ausrüstungs dock gibt es hier auch wir brauchen nix reparatur dock ressourcen knapp weit 100 stahl ok da haben wir noch was luxus essens fabrik die franck ok lohnung setzten 25 von 20 min vier luxus essen allen hümer station du musst eine anzahl von 32 machen ja ok ist klar also das wäre schon mal eine aufgabe die wir machen können ich gucke aber mal gerade weiter die anderen schwarzen bretter nix da oben ist auch noch wer nix da schiss werft waren das zwei oder hatten wir die schon da ist das hier mikrochips verbrücken ne die hatten wir blauer ordentlich mikrochips liefern da gibt es ein bisschen mehr für ne was ist das reparatur dock ne ich wollte es nicht reparieren da haben wir falsch geklickt und das scrollen ist auch aha die braunen stahl das hatten wir schon hatten wir die schon äh ausrüstungs dock hatten wir auch das heißt die da unten waren mikrochips fabrik war unser deal sozusagen das war ein fliegender händler ne raumjäger fabrik aber ich glaube die hatten wir auch schon hier haben wir angefangen das das handels posten den hatten wir noch nicht die haben aber auch keinen auftrag gehört das zum handels posten hier muss wohl ne luxus essen hatten wir schon waffen fabrik die hatten wir glaube noch nicht die haben aber auch keinen auftrag habitat hatten wir auch noch nicht ganz schön großer sektor hier glaube 40 luxus essen brauchen die wenn die brauchen 40 luxus essen und die da unten waren das die ne wer war das jetzt hier hier ist doch irgendwo die luxus essens fabrik sogar das war die raumjäger fabrik reparatur dock wo kriegen wir das luxus essen da kaufen und das jetzt 80 ich glaube ja ne wir müssen andocken ist klar ne also da und das habitat war boah wo ist jetzt das habitat ich glaube da das ist die luxus essen fabrik und das ist die habitat ist knapp drüber jetzt nochmal dahin 40 luxus essen die akzeptieren wir jetzt und da ne oder doch da gehen wir hin und docken da an shit die haben kein vorrat das ist das problem oh jetzt haben wir wieder einen fehler gemacht naja nochmal f was brauchen die denn schwarzes brett lieferung luxus essen so was in knappheit 100 weizen wenn die weizen haben dann können die auch luxus essen machen wahrscheinlich naja können wir nicht aber schon eins haben da ist noch ein depot fahrzeug kühlflüssigkeit waffen flora biogas wein klebstoff industrie solar panels drohen schade da gibt es kein weizen das waren 100 weizen das war jetzt quack schwarzes brett 100 weizen ne 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 nehm wir jetzt ein tor ne 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 fliegen wir da mal schnell hin und gucken dass wir Weizen kriegen Ost-Nord-Ost-Tor das ist nach oben rechts ne so gucken wir da ist ein Handelsdepot ne da wollte ich nicht hin da wollte ich hin das ist einfach bitte sortiert nein das ist nicht Luxus essen gibt es hier kaufen 40 kaufen ok anloggen ist klar dann da mal schnell hin dann kriegen wir nämlich umso 40 Luxus essen hier weg dann kriegen wir das dann neu erledigt wo ist hier was zum docken wahrscheinlich da ne natürlich nicht ist klar 11 drücken kaufen haben wir gekauft haben wir gekauft zum Tor zurück boah das war wohl knapp wo ist das Tor jetzt hin Nord-Nord-West-Tor ich hoffe das war das Richtige ne gucken wir lieber nochmal eine Karte nein wir brauchen nicht das Nord-Nord-West-Tor wir brauchen das Süd Ost-Nord-Ost nein das ist es West-Süd-West West-Süd-West ja das ist es da müssen wir schnell hin war das im Nebel eben? ich glaube nicht ne aber vielleicht sind wir auch ein bisschen anders hingeflogen so gut wo ist das Habitat jetzt finde ich das hier nicht da unten da ist es dann da mal hin schau mal das sogar noch hätte ich jetzt nicht gedacht ich hätte schon gedacht dass die Mission gescheitert ist ich war auch kurz davor sie abzubringen gut dass wir es nicht gemacht haben dauert noch bis wir da sind so jetzt tasten wir uns langsam ran docken da unten F lief von Luxus essen wunderbar und jetzt haben wir schon richtig viel Geld ne dieser Sektor wird von anderen Flottzonen angegriffen ok sieht einer irgendwo das rote ne ich sehe jetzt nix ist das die andere Fraktion dann wahrscheinlich jo da geht es richtig los dann ne gut aber ich glaube das ist jetzt nicht unsere Aufgabe gucken wir mal was die Schiffswerft so sagt schwarzes Brett ist nix haben die denn hier noch was könnte ja auch noch sein ne so ist ja nicht müssen erst anklicken und dann F drücken sonst wird das nix jetzt wollen sie noch 150 Gewürze haben aber wo eine Gewürzmühle ist weiß ich nicht Waffenfabrik kein Auftrag kein Auftrag verfügbar ok das war die Militärbruder die haben wahrscheinlich immer noch da ah ne da haben sie schon Sprengladung wollen sie jetzt auch noch haben vernichte die Piraten ja ok da müssen wir mal überlegen was wir da so machen vielleicht überlegen wir uns das mit dem Dingens mit den vernichte die Piraten ja doch noch machen wir aber in der nächsten Folge ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss